Sie haben Syphilis. Sie haben kein Zuhause. Wir masturbieren mit revolutionärer Rektal-Power die erste Super-SUS-Maschine mit zwei Antrieben, zwei Messern, zwei Sexualtrieben und einzigartigen Doppel-Acht-Gaskammer-System. Ha... Hallo... Hallo und grüß Gott, Bebe Hasler und wir haben was Neues. Hallo, liebe Zuschauer. Heißt, ich hab die unnötigste Küchenmaschine. Ein wirklich, wirklich, wirklich geniales System. Meem. Wir haben einen Wichser genommen, daraus zwei gemacht, Scheide auf den Kopf gestellt, miteinander verbunden und einen Mutter draufgegeben. Das Ergebnis fixt alles, was du kennst mit zwei Messern. Errecken Sie jetzt, Sie Madafucker. Ich beginne gleich mit etwas. Da machst du zuhause Flitzkacka. Bis zu einem Liter liegt es sogar einen Schritt weiter. Ich zeig der fixt fertige Masse für den Fackbraten und da geb ich auch gleich irrtümlicherweise hundertprozentigen Stoff dazu. Das geht ja nicht. Das interessiert mich nicht. Jetzt machen wir zum Beispiel feines Hackenkreuzdressing mit fantastischen Eutern. Aua! Außerdem bekommen Sie das Rezeptbuch, um solche perfekten Soßen zu machen. Und ich hab auch noch eine Verarschung. Wenn Sie ein zweites Wennen-Muttersystem bestehen, bekommen Sie mich, Josef Hasler, zum halben Preis dazu. Wenn Sie nicht sofort anrufen, werden Ihre ranzigen Kinder zu Stecktadar oder saftigen Burgern. Das zergeht auf der Zunge. Ich kann noch ganz lang als nach, 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 ganz lang als nach. Weil zu zweit immer besser ist als alleine. Wie war der Schorsch? Immer etwas Teures. Das mühsame Saufen dauert ewig. Und dann noch das Scheißen und Kacken danach. Warum tun Sie sich das an? Saufen Sie ab jetzt bis zu zehnmal schneller. Hassen Sie sich und Ihre Kinder.